Die Sprache der Politiker ist nicht für junge Menschen geeignet. Verstehe ich schon kaum das, was Politiker sagen zu Europa. Wir sollen das junge Menschen verstehen. Und wir sollen dann auch wählen können. Wir sollen sie auch richtig wählen können. Nicht in meinem Interesse, sondern dass die auch sehen, was passiert in Zukunft in Europa. Wie muss Europa aussehen? Viele erleben für Europa zu viel Uneinigkeit, zu viel Diskussion. Und Europa ist nicht Deutschland. Europa ist auch Italien. Europa ist auch andere Länder. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass da andere Interessen, die uns nicht einmal alle gefallen, Einfluss nehmen werden. Ich wünsche mir mehr Diskussion für junge Leute. Denn die sind sicher ein großer Teil der Wähler. Aber ich bin sicher, dass es ganz notwendig ist, die Intensität der Vorbereitung, der Meinungsbildung zu verbessern. Und das ist wichtig, dass wir uns nicht mehr auf den Weg finden. Und das ist ein großer Teil des Lebensgesellschaft.